Musik So, in wenigen Augenblicken wird der Gast, quasi der Gewinner, kommt diesmal aus dem Ruhrgebiet angeweist. Er hat einen Aufenthalt hier in Hamburg gewonnen bei GelegenheitsTV, weil er die drei wichtigsten Fragen beantwortet hat. Wo, wann und wie lebte Hermann Hesse? Hallo? Hallo? Gewinnerin, GelegenheitsTV? Wunderbar. Musik Ich bin die Gewinnerin. Eine Minute habe ich gewonnen und aufgeteilt. Ich wollte jetzt in der Minute eigentlich noch eine ganze Menge sehen. Ja, das wird ein bisschen schwierig, weil Zug weht, gleich Abfall, gucke ich, gucken wir mal. Ich gucke mal. Aber macht ja nichts. Seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich in der Hermann Hesse? Oh, mein Sohn, ich muss nicht loswerden. Tschüss! Tschüss! Eine Minute, ne? Ja, ganz toll, danke. Spiel das nächste Mal wieder beim Gewinnsspielen. Eine Minute Hamburg. Tschüss, meine Süße. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Danke für die Minute. Gerne, gerne. Und die Nächste auch mal in Herne. Und die Nächste auch mal in Herne. Bis zum nächsten Mal.